Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt die Ehre, Ihnen eine absolute Neuheit aus dem Katalog vorzustellen, die Sie wahrscheinlich schon kennen. 90er Jahre, ja, da gab es ja so die ein oder anderen Dinge, die dafür einfach stehen. Zum einen vielleicht ein paar Stulpen, Neonfarben, aufgeweckte Frisuren, aber auch Lavalampen. Kennen Sie noch? Die haben uns damals unwahrscheinlich beruhigt. Die waren cool, die waren angesagt, die sahen richtig super aus und die standen in jedem Wohnzimmer und in jedem Schlafzimmer, vielleicht auch bei Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, Sie feiern hier bei Pöll TV ein Comeback und Sie dürfen live dabei sein, denn wir zeigen Ihnen jetzt drei verschiedene Variationen der wunderbaren Lavalampen. Getreu dem Motto Back to the Roots haben Sie jetzt die Qual der Wahl. Welche Farbe der Lavalampe darf es denn für Sie sein? Ja, und die sind wieder total in. Die findet man momentan wirklich wieder überall. Alle holen sich die wieder nach Hause, weil es halt eine schöne indirekte Beleuchtung ist und halt auch so was Faszinierendes. Durch diesen Wachs, der da in diesen Lampen drin ist, in dieser Flüssigkeit, verändern immer wieder die Formen. Der Wachs steigt immer wieder auf. Und wir haben drei Variationen hier für Sie heute, die wir Ihnen zeigen dürfen. Wir haben die blaue mit dieser blauen Flüssigkeit und dem grünen Wachs. Dann haben wir eine mit klarer Flüssigkeit und schwarzem Wachs und eine mit blauer Flüssigkeit und rotem Wachs für Sie, liebe Zuschauer. Also wunderschön gemacht, aber jetzt hier natürlich nochmal besser verarbeitet. Das Ganze sehr stilvoll gemacht hier mit diesem Aluminiumgehäuse, dann diesem wunderschönen Glas außen und dann hier mit natürlich der Schaltemöglichkeit. Kann ich fantastisch natürlich dann an- und ausschalten. Sieht toll aus, einfach ganz faszinierend. Und hier sorgt es dann für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das Tolle ist bei diesen heutigen Lavalampen, die sind halt sehr viel sicherer als die Lavalampen damals. Und man kann jetzt auch das Leuchtmittel jeweils immer austauschen. Also wenn jetzt hier mal ein Leuchtmittel kaputt sein sollte, ist das überhaupt kein Problem mehr. Wenn die irgendwann mal Licht mehr leuchtet, da ist ein E14 R39 Leuchtmittel drin mit 35 Watt. Und das kann man dann ganz einfach immer wieder austauschen, wenn man möchte. Also das ist überhaupt kein Thema mehr heutzutage. Früher war das ja so, wenn die Lavalampen dann einmal kaputt war und damals haben die ja richtig viel Geld gekostet. Dann war sie kaputt. Dann war sie kaputt und dann war immer ein großes Drama. Und wenn die dann auch irgendwie mal kaputt gegangen ist oder so, das war immer, oh Gott, oh Gott. Heutzutage ist das nicht mehr so. Wie gesagt, Leuchtmittel kann man einfach auswechseln. Also ein ganz herkömmliches Leuchtmittel E14. Dieses R39 mit 35 Watt ist da drin. Das kann man dann ganz einfach austauschen. Und hier halt sehr schön gemacht auch mit diesem An- und Ausschalter, der hier dabei ist. Also da muss man auch nicht mehr irgendwas beachten, sondern kann die ganz einfach dann an- und ausschalten. Und jetzt halt für 16,06 Euro auch ein super TV-Sonderpreis hier. Wer sich da so ein bisschen Stimmung dann ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer holen möchte, diese Faszination, der kann das jetzt halt hier bei uns machen. Sieht auch immer schön aus zum Beispiel, wenn man da ein paar Pflanzen stehen hat. Gerade jetzt hier das erste Modell zum Beispiel, dieses mit der blauen Flüssigkeit und dem grünen Wachs. So was wirkt zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn du eh ein paar Pflanzen im Wohnzimmer stehen hast. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, hier neben so ein paar grüne Pflanzen und dann da rein so eine Lavalampe so dazwischen. Weil die scheint dann natürlich durch das Leuchtmittel so sehr schön und dieses Wachs, das aufsteigt. Diese Wachsbläschen hier in grün leuchten ja natürlich immer so und werfen dann immer so einen tollen Schein auch an ihre Pflanzen, an ihre Blätter. Das schafft so eine ganz mystische Atmosphäre dann auch bei einem Zuhause. Das macht es ganz, ganz toll gemütlich dann auch. Das ist ganz spektakulär, also richtig schön. Und da kann man sich gerade jetzt natürlich, wo die kalte Jahreszeit wieder ansteht, gemütlich machen. Da braucht man sich nicht irgendwie neu einrichten oder viel Geld ausgeben, sondern da reicht es wirklich hier für 16,06 Euro so eine Lavalampe sich nach Hause zu holen. Dann mit den Pflanzen zum Beispiel das so schön drumherum zu dekorieren und dann abends einfach mal das Licht auszumachen und das so ein bisschen wirken zu lassen. Und schon hat man seine eigene kleine Oase der Entspannung und der Erholung zu Hause. Also da kann man selber einfach mal aktiv werden hier und es sich gemütlich machen und sich richtig schön machen. Und wir haben ja hier diese tollen unterschiedlichen Modelle. Deshalb einfach dann zugreifen für jeden genau das richtige Modell, egal was man da gerne haben möchte. Also gerade das erste Modell hier mit diesem grünen Wachs in dieser blauen Flüssigkeit. Das ist natürlich sehr naturnah dann auch, weil dieses grün angeleuchtete Wachs dann halt an Pflanzenblättern zum Beispiel sehr schön schillernd ist, das dann auch sehr schön hervorhebt. Grün hat ja eh eine sehr beruhigende Wirkung auch in Kombination mit blauen. Ja, und sehr beruhigend dann auch. Also das ist ganz schick, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, liebe Zuschauer und vor allem, man kann irgendwie nicht weggucken. Fällt Ihnen das auch auf? Also man schaut sich das an. Ich bin jetzt auch die ganze Zeit irgendwie fasziniert, wie das Wachs da hochsteigt und wie sich das wieder spaltet. Und das ist irgendwie total interessant und ich kann das vollkommen nachvollziehen, warum die Lavalampen wirklich ihr Comeback feiern. 16,06 Euro, wenn Sie sagen, mir gefällt die ganz gut mit dem grün-blau. So ein bisschen wie so ein kleines Aquarium, also wie so Algen, die da so aufsteigen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht halten Sie mich auch für bekloppt, aber ich sehe das ein bisschen so. Die NX 7603 und die 569, die Bestellnummer, das ist einfach faszinierend. Also ich weiß nicht, es gibt so Momente, da möchte man wegschauen, aber irgendwie geht das nicht. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, man möchte gar nicht mehr weggucken, weil das so interessant ist und so beruhigend. Die NX 7603 und die 569 für grün, wenn Sie jetzt aber sagen, ja dieses grün-blau ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Ich habe zum Beispiel zu Hause alles in weiß, in schwarz, in hochglanz, eher modern eingerichtet. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese hier sehr, sehr gut zu ihrem Mobiliar oder zu ihrer Dekoration zu Hause passt. Die finde ich jetzt persönlich sehr, sehr schön. Die würde ich mir nach Hause holen, weil ich bin so ein Schwarz-Weiß-Fan und ich finde das sehr, sehr edel und sehr schick. Ja, hier haben wir die mit der klaren Flüssigkeit und diesem schwarzen Wachs drin. Und dieses schwarze Wachs fängt immer an, durch die Beleuchtung im unteren Teil dann auch in so unterschiedlichen Farbnuancen zu schillern. Manchmal auch so ein bisschen rötlich hat man den Anschein, genau, so leicht Bordeaux. Und das sieht ganz, ganz toll aus. Schauen Sie mal hier, jetzt zwei Blasen und jetzt kommen die hier mit der großen Blase zusammen. Oh, da kommen die aneinander vorbei. Ja, das schaffen die. Das ist wirklich toll. Also man ist da richtig drauf fokussiert dann und schaut sich das immer wieder an und guckt, was dann da passiert. Also ganz toll. Dieses Modell finde ich zum Beispiel jetzt auch schön neben einem Arbeitsplatz, weil das wirklich sehr edel und sehr elegant wirkt, wie du schon gesagt hast. Das ist so ein bisschen puristischer, so ein bisschen stilvoller. Das kann ich mir ja jetzt auch sehr gut in einem Arbeitszimmer, zum Beispiel neben einem PC vorstellen, wenn man das da hinstellt, um da eine kleine indirekte Beleuchtung zu haben. Man sagt ja auch neben Monitoren zum Beispiel, neben Fernsehern, soll man ja immer eine kleine indirekte Beleuchtung noch zusätzlich haben, damit die Augen sich auch entspannen können. Und da kann man ja jetzt zum Beispiel so eine Lavalampe aufstellen, um da einfach das zu erreichen. Und hier diese zum Beispiel neben den Monitor gestellt, neben den Arbeitsplatz gestellt, neben dem PC oder neben den Laptop bei Ihnen zu Hause. Das finde ich sehr schön. Das ist so ganz schick, ganz elegant, ganz edel und man kann dann da immer wieder drauf gucken, kann das genießen dann zwischendurch. Also traumhaft schön und auch hier, da sehen wir es mal, wie das schön aussieht dann auch. Also richtig schick das Ganze, ganz faszinierend. Diese Farbreflexe hier, schauen Sie mal, das gibt so richtige Farbkreise, dann wird es wieder so rötlicher, dann wieder so ein bisschen heller plötzlich. Schau mal, das sieht so ganz mystisch aus, so richtig magisch förmlich, erinnert mich auch so ein bisschen ans Weltall irgendwie. Ja, Kathi, ja, absolut, irgendwie auch. Ich habe das gerade auch angeschaut. Ferne Galaxien, als ob man so ein bisschen in den dunklen Nachthimmel hereinschaut. Und dann plötzlich siehst du da so, wie so Sternenbilder oder sowas, da tut sich irgendwas auf. Sind wir bekloppt? Nee, das ist aber, aber das ist diese Faszination, die davon ausgeht. Da eröffnen sich einem plötzlich so neue Welten. Das ist was ganz, ganz Spektakuläres. Aquarium, Weltall, wir sind gespannt, was gleich kommt, liebe Zuschauer. Ja, du hast absolut recht, das ist sehr faszinierend. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, wie das funktioniert. NX 7604 und die 569, also nee, da kommt so ein bisschen das kleine Kind wieder in einem raus. Ja, man ist davon einfach fasziniert. Das ist einfach so. Und das war ja schon immer so. Gab es ja auch schon mal in den 70er Jahren, diese Lavalampen. Also das ist ja nichts, was irgendwie, das nimmt einen einfach mit. Und hier ganz, ganz toll jetzt in diesem stilvollen Design wieder aufgegriffen. Deshalb greifen Sie dazu für 16 Euro und 6 Cent. Ja, liebe Zuschauer, seien Sie schnell brandneu. Sie haben die Qual der Wahl. Unten sehen Sie ganz schön diese Ringe, die Sie da haben. Das sind die hellen, durch die LED-Beleuchtung im unteren Teil. Also das sieht fantastisch aus. Und wie gesagt, vielleicht werden Sie auch sagen, die Frau Steiner und die Frau Konker, die haben Sie nicht mehr alle da bei Pearl TV. Aber Kathi, ich wollte es nicht aussprechen. Ich gebe dir wirklich recht, wie so ferne Galaxien. Das hat was ganz, ganz Mystisches. Die NX 7604 und die 569, unser Aquarium, unsere mystische Galaxie. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Lavalampen. Ja und Kathi, jetzt bin ich gespannt, was du da siehst. Das ist jetzt mit blauer Flüssigkeit, die wir hier haben. Und dann dieser tollen, dieser rote Wachs, der hier drin ist, der sich hier hoch und runter bewegt. Und das ist auch was ganz, ganz Schönes. Die ist natürlich sehr ausdrucksstark auch. Die Feuerwehr. Ja, das ist natürlich was, das hat dann sehr viel Ausdruck. Der Wachs leuchtet auch sehr schön, gerade dieser rote Wachs. Der wird ganz toll angeleuchtet. Dadurch natürlich sehr, sehr hell dann auch von unten. Und wenn die hier aufsteigen, das kann man wunderschön erkennen, dann diese Blasen. Traumhaft gearbeitet das Ganze. Und schaut ihr das mal an. Jetzt hier, oh, die Blasen, ja, wie die aneinander vorbeikommen. Wunderschön. Ich habe auch erst überlegt, ja, wenn man da drauf schaut, es hat mich so ein bisschen auch an den menschlichen Körper erinnert. Ein bisschen an die Blutkörperchen, muss ich sagen. Jetzt, ehrlich. Ja, ja, ja. Ja, ich habe früher immer gerne, als ich ganz klein war, immer diese Kinderfilme geschaut. Dieses, was im menschlichen Körper passiert. Und da wurde immer von den Blutkörperchen das alles erklärt. Und da wurde das auch immer so ähnlich dargestellt, dann mit den Blutkörperchen, mit den roten Blutkörperchen. Und daran erinnert mich das hier jetzt so ein bisschen. Leukozyten. Das finde ich wirklich ganz, ganz spannend hier, wenn man sich das natürlich jetzt so anschaut. Traumhaft, ich weiß nicht, das ist wirklich was Spektakuläres. Das nimmt einen einfach mit. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier im menschlichen Körper, wir sind im Aquarium, wir sind in der Galaxie. Ja, Kathi, ich habe aber auch wirklich, ich habe darüber auch nachgedacht, aber was sollen wir darüber reden? Jetzt ehrlich, Hand aufs Herz, lustig. Aber auch so ein bisschen Element Feuer und Wasser, ne? Also das ist auch was ganz, ganz Tolles, aus 16,06 Euro, die NX 7605 und die 569. Ja, wir kommen ja hier zu Wahnsinnserkenntnissen, ne? Hier mit dem Labor. Ich glaube, jeder erkennt da auch dann was anderes drin. Hauptsache ist ja auch, dass man da immer eine gewisse Zeit reinschaut und entspannt. Das merken Sie auch selber gerade, wenn wir hier sitzen, wir können da ganz lange reinschauen und einfach entspannen und man ist da richtig mitgenommen dann auch. Man fokussiert da drauf, man schaut immer wieder rein, man beobachtet das und man kommt richtig zur Ruhe und hat dann auch was dann zu reden. Man ist dann, ja, so ein bisschen geerdet dann auch. Also das ist sehr, sehr schön einfach. Und diese Lavalampen, ja, die kommen wieder und die gehören auch zu Ihnen mit nach Hause. Deshalb suchen Sie sich Ihr Exemplar aus. Sie dürfen natürlich auch zwei oder drei bestellen, ist überhaupt kein Thema. Oder natürlich auch als Geschenk vielleicht für den einen oder anderen. Die machen sich ja auch sehr gut als Dekoration, zum Beispiel im Partykeller oder dann, wenn man so eine kleine Bar hat oder sowas, da ist das ja auch so als Dekoration oft Gang und Gebe, muss man ja schon sagen. So eine schicke Lavalampe irgendwo hingestellt, weil es halt eine schöne indirekte Beleuchtung ist und gleichzeitig eine tolle, faszinierende Dekoration. Und wenn man die jetzt halt für 16,06 Euro bekommt, kann man da direkt zugreifen. Oder wenn man vielleicht auch auf so einer 90er-Motto-Party eingeladen ist, das ist ein Geburtstag oder so zum Beispiel, dann kann man das natürlich auch lustig verschenken. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker, liebe Zuschauer. 16,06 Euro, die NX 7605 und die 569 für unsere Lavalampe menschlicher Körper, rote Blutkörperchen. Oder auch Elemente Wasser und Feuer. Also Sie sehen, ich glaube, da interpretiert auch einfach jeder was anderes heraus. Eins ist aber Fakt. Und das können Sie auch nicht dementieren jetzt gerade. Man ist einfach angetan. Man schaut hin. Man ist begeistert. Es macht gute Laune. Es macht Freude. Und das ist einfach, wie ich finde, auch das Wichtigste bei Dekoration. Es soll stimmungsvoll sein. Es soll angenehm sein. Beruhigen. Und vielleicht auch faszinieren. Und das tun unsere Lavalampen alle drei. Brandneu aus dem Katalog für Sie, liebe Zuschauer. Back to the roots. Zurück aus den 90ern. Jetzt unsere Lavalampen. Noch einmal für Sie. Wir haben das Modell, was war das? Wasser, Wasser, Aquarium. Dann haben wir das Modell Galaxie, Weltraum. Und wir haben die roten Blutkörperchen. Und so, jetzt haben wir die Lavalampe im letzten Teil mit dem Rot und dem Blau. NX 7603, NX 7604, NX 7605. Und denken Sie an die 569 für 16,06 Euro. Ja, und dann können auch Sie mal so ein bisschen rätseln und tüfteln, was denn Ihre Lavalampe eigentlich für Sie bedeutet. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei.